Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich ergreife noch mal das Wort zu zwei Punkten, die mir wichtig sind noch mal aus der Debatte, nämlich einmal zu der angesprochenen Frage, ob man eine Kategorisierung schafft im Landesentwicklungsplan mit landesbedeutsamen Häfen und anderen. Und ich würde noch mal dafür werben, also er ist ja auch entsprechend jetzt heute so vorgestellt worden, dass man das entsprechend macht, weil wenn wir alle 124 Hafenstandorte, jedenfalls die gemeldet sind, gleich behandeln würden, seitens des Landes, der Behörden, der Kommunen etc., würden wir insbesondere die Kommunalverwaltung doch vielfältig unter erheblichen Planungsstress setzen, was auch gar nicht vorhandene Entwicklungsperspektiven angeht. Ich meine, es macht Sinn, und da ist ja auch noch mal nachjustiert worden, jedenfalls was die Frage Emmerich angeht, ist eben angesprochen worden, dass man zwei Kategorien hat, nämlich einmal sozusagen die bedeutenden, landesbedeutsamen Hafenstandorte und die anderen. Das als Punkt eins. Und Punkt zwei, noch mal zur Frage Flächen. Selbstverständlich braucht wirtschaftliche Entwicklung auch ausreichend Flächen. Das ist völlig unbestritten. Aber der Aspekt von Nachhaltigkeit, also von Grünflächen, von Retentionsräumen am Rhein, ist ein relevanter. Und ich möchte noch mal dafür werben, dass man Umweltpolitik nicht immer nur in Sonntagsreden betreibt. Eben ist der Chef der Duisburger Häfen angesprochen worden, Herr Starke, der mit Sicherheit seine Leistungen und Verdienste hat, was den Hafen angeht, was die Entwicklung des Hafens angeht. Aber ich erinnere mich an die Vorstellung in den Rheinterrassen unseres Konzeptes. Und da war er ja auf der Bühne in einem Talk und in jedem dritten Satz meinte er sozusagen Nachhaltigkeitsaspekten, Klimaschutzaspekten und überhaupt den Einfluss der Grünen in der Landesregierung einen Seitenhieb verpassen zu müssen. Jetzt ist es vielleicht kein Wunder, wenn man Dutzfreund von Gerd Schröder ist und sozusagen in der Tradition steht. Aber ich meine, es ist nur zukunftsfähig, und zwar über den Tag hinaus und nicht mit einer kurzfristigen Entwicklung, wenn man Klimaschutz und Nachhaltigkeitsaspekte mit wirtschaftlicher Entwicklung und wirtschaftlicher Perspektive verbindet. Und das gelingt in diesem Konzept. Deswegen werben wir auch dafür, das entsprechend umzusetzen. Aber es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, immer Krokodilstränen zu weinen, wenn wir dann Starkregenereignisse haben, die sozusagen Bäche und Flüsse wegspülen, wenn man sich andere Aspekte im Bereich unserer Umwelt anguckt. Und immer wenn es dann konkret wird, wenn es darum geht, sozusagen einen Ausgleich zu schaffen zwischen den berechtigten wirtschaftlichen Interessen und eben in der Flächenpolitik auch dem Rückhalt von Grünflächen, dann kommt es dazu, dass man sagt, naja, also für die wirtschaftliche Entwicklung muss entsprechend alles abgeräumt werden, nur damit die wirtschaftlichen Perspektiven gut sind. Gute wirtschaftliche Perspektiven gibt es nur in der Kombination aus Nachhaltigkeit, Klimaschutz und eben florierender Wirtschaft und Handel. Und das gewährleistet das Konzept. Und wir würden auch an dieser Stelle nochmal dafür werben, das entsprechend zu berücksichtigen. Applaus